Du hast einen Zwillingsbruder. Ein Zwilling? Was macht er denn beruflich? Sein Boss dealt mit einem Kolumbian. Deshalb wirst du ihn ersetzen, wir bekommen die Infos und wir sind quitt. Ich mach keine Deals in Marseille, ich bin Bankangestellter hier in Paris und das schon seit zwölf Jahren. Wer ist das? Dein neuer bester Freund. Guten Tag. So schlagen echte Kerle. Also, wie heiße ich? Ich weiß es nicht. DJ Bobo? Das sind die gesamten Akten über deine Nutzen, die Orte, wo man dich findet, dein Boss. Lern sie auswendig. Brust raus, Knie hoch. Wie heiße ich? Es ist der Gang des Killers. Ich bin der Boss, Mann. Alles klar, Puppe? Au! Ich geh los. Ace, 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 Ace. Hast du dich mit den Bullen gut amüsiert? Uff. Was wollen Sie? Wir sind hier keine Bank. Wir sind endlich an. Hey, ich hab doch die Artertourversuch. Mach ihr beide weiter. Ich hab schon Hals. Hier, Ace. Du darfst als Erster. Das ist nett, aber ich steh lieber. Gute Arbeit, Ace. Du hast dir gerade die Eintrittskarte für den Deal mit Condor verdient. Condor, der Kolumbianer? Klingt Condor etwa russisch für dich? Was ist mit Vettor? Nein, für mich steht's fest, Mann. Ich unterschreib nicht. Wir werden ihn unter Druck setzen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau mittelfest, okay? Ja! Meine Saison ist in meinen Knie. Wir singen gemeinsam. Champagner! Geht alles aufs Haus! Und er, wer ist er? Mir steht die Scheiße bis zum Hals. Ihr habt ja keine Ahnung. Nachts knallen sich die Irren gegenseitig. Ich hab tagsüber, muss ich die drei Sexbomben befriedigen. Wir renken dir dein Knie wieder ein, okay? Nein! Doch, 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 doch! Achtung! Eins, zwei, vier! Tada! Das Bein ist wieder gerade.